Roxy ist unheimlich ehrgeizig. Sie ist sehr gut erzogen, hat eine militärische Ausbildung. Sie nimmt den Aufnahmetest bei den Kingsmen sehr ernst. Roxanne, aber nenn mich Roxy. Die Aufgaben testen unsere Loyalität und Einsatzbereitschaft, indem sie uns lebensgefährlichen Situationen aussetzen. Zum Beispiel, was man macht, wenn einer aus der Truppe keinen Fallschirm hat. Muss das einfach loswerden. Unfassbare Augen. Wie süß. Damit hat es seit der Jahrtausendwende keiner mehr versucht. Teamwork ist hierbei Kingsmen von größter Bedeutung. Wählen Sie Ihren Welpen. Ein Mops. Das ist eine Bulldogger, oder? Das ist eine Bulldogger. Untertitelung des ZDF, 2020